So Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Das ist unsere aktuelle Aussicht, wenn wir zur Tür hinausgehen. Unsere Hängematte, die Schafe direkt vor der Nase. Das ist einfach herrlich. So, da hinten geht schon die Sonne auf. Ich glaube 8 Uhr. Ja und ich habe ja schon mal eine Runde gemacht. Und habe dann schon mal ein bisschen den Osterhausen gespielt. Ja, die Leute schlafen alle noch. Es ist einfach herrlich. Genau und das ist dann quasi unser Haus. Ein ganz kleines süßes Häuschen. Und da ist wirklich alles ganz toll eingerichtet. Ja, mit allem was man braucht. Aber seht euch diese Aussicht an. Ja, also wir sind jetzt hier im Osterurlaub. Wir sind am Wochenende. Wir haben uns am Wochenende ganz spontan ein Häuschen gebucht. Beziehungsweise schon vor zwei Monaten, glaube ich. Und es war auch nichts mehr frei. Es war wirklich nur dieses Häuschen frei. Und wir haben es Gott sei Dank noch bekommen. Weil, also ich hätte es bereut, wenn ich das nicht gebucht hätte. Schaut euch das mal an. Hinter mir die Schafe. Wir sitzen direkt hier. Also wir haben unseren Esstisch quasi. Wir haben zwar drinnen auch einen Tisch. Aber wir haben unseren Esstisch quasi. Hier draußen direkt neben dieser Schafweide. Und morgens, wenn du rauskommst, dann siehst du da ganz genau. Das war heute, wie spät war es? Halb sieben. Ja, halb sieben. Wie da hinter mir der Mond gerade unterging. Und dann direkt gegenüber, wie die Sonne aufging. Ja, ne? Also richtig toll. Und ja, ich finde es einfach schön. Weil wir waren zwar letztes Jahr in Urlaub. Aber, und wir fahren auch dieses Jahr in Urlaub. Aber diesmal nicht so weit weg. Wir wollten auch mal innerhalb Deutschlands was uns anschauen. Und im Sommer kommen wir noch einmal hierher. Und wir haben noch eine Woche Nordsee gebucht. Genau. Und ja. Also ich finde es ganz, ganz toll hier. Zumal die auch ein Schwimmbad haben. Und, ähm, Schwimmbad. Was haben sie noch? Ja, die haben auch Kinderanimationen. Und was haben die noch? Ähm, ach, alles Mögliche. Und wie gesagt, wir haben das spontan gebucht. Und, ähm, also als ich meine Provision bekommen habe, habe ich gesagt, komm ey, wir buchen das jetzt. Und, ähm, hat auch nicht viel gekostet. Das sind ungefähr 200 Euro. 200 Euro für drei Nächte. Finde ich okay. Ne? Für so ein Häuschen. Ähm, ja. Ja, ganz spontan haben wir das gebucht. Und, ähm, ja. Und ich finde es tut so gut. Das tut richtig gut. Wenn man, ähm, so ein bisschen Tapetenwechsel bekommt, ne? So, ähm, einfach mal abschalten. Und, ähm, als wir hier ankamen, also ich hatte sofort das Gefühl gehabt, wir, wir haben jetzt Urlaub. Wir sind jetzt im Urlaub. Ähm, genau. Ja. Okay. Ja, ich wollte mich einfach noch melden, euch zeigen, wie es hier aussieht, wie schön es ist. Wir haben auch eine wunderschöne, ähm, Hängematte hier. Und, ähm, ja, äh, ja, ich wünsche euch noch ein schönes Osterfest. Und, ähm, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.